Hey, hey, hier ist wieder SoSo und ich bin zurück mit ClumsyNinja und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir dem Abendtrottel heute alles so antun können. Okay, er kratzt sich am Kopf, sieht ein bisschen gelangweilt aus der Jute und ich muss jetzt mal gucken, so, hier, hier stehen irgendwie Sachen, die man machen kann. So, einsammeln, ja, gib mir Sachen. Gib, 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 gib. Ah ja, ich krieg noch ne Belohnung, alles klar, cool. So, Level 1 bin ich immer noch, okay. Dein Ninja lernt neue Moves, die du, äh, neue Moves. Lernt neue Moves, du ihn trainierst? Aha. Die Sterne an einem Objekt zeigen, wie viele Moves er schon freigeschaltet hat, okay. Gut. Fallen lassen. Heb den Ninja hoch und lass ihn auf das Trampolin fallen. Okay. Ja, will ich machen. Mach mal. Okay. Nehmen wir hier mal das Trampolin. So. Gib, gib, gib. Dann heben wir ihn mal hoch. Weiß ich nicht, wo? So. Ist er jetzt hier über dem Trampolin? Okay, dann lassen wir ihn mal los. Ups. Voll daneben. Ups. Okay, nochmal. So. Ninja Baby. Wo ist er denn? Ich seh hier nicht mal einen Schatten. Ah, hier. So. Und jetzt lassen wir ihn mal fallen. Boing. Okay, ich würd mal sagen, Aufgabe abgeschlossen. Und er fällt runter. Yo. Läuft. So. Eingesammelt. Losgelegt. Beende die Sitzung. Acht Sprünge in Folge aktivieren den Ninja Move. Okay. Und wie mach ich das? So, jetzt hüpf. Was bist du denn für einer? Komm. Hoch. Du sollst aufstehen und hüpfen. Steht hier auch, wie ich das machen kann? Okay, komm her. Ich heb dich hoch. So. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Tjung. Okay. Ich hab mal mitgezählt und... Dün, dün, dün. Es gab so Glitzersternchen. Bam. Okay. Hab ich jetzt einen Move gekriegt oder wie oder was? Auf jeden Fall hat das nicht vermasselt. Juhu. High Five. Digga. So. Uh, ich bin aufgestiegen. Cool. Ich bin jetzt Level 2. Okay. Einsammeln. Gewinnepreise. Hol dir Münzen oder ähnliches? Nein, ich will kein Video ansehen. Ähm, was? Leg los. Besiege, naja, und gewinne einen Exklusiv Anzug für die... Ne, hab ich jetzt auch keinen Bock. So. Was gibt's jetzt? Sag mal Bescheid hier. Was man jetzt so machen kann. Hervorragend. Dann lernen wir doch mal die Umgebung ein wenig besser kennen. Okay. Ähm, tippe auf eine beliebige Stelle auf dem Boden, um den Ninja dort hingehen zu lassen. Okay. So. Geh mal da hin, Digga. Da. Ja, genau da. Ups. Oder geh mal hier hin. Geh mal zu dem Baum. Geh zu den Buden. Was für Buden? Genau. Guckt ihr hier das mal an, so. Naja. Ah ja, hier sind Buden. Das sieht aus wie eine Bude. Ah. Coole Sache. Da kann man Sachen kaufen, anscheinend. Juhu. Ich hab die Aufgabe abgeschlossen. Geh zu den Buden. Juhu. Juhu. Okay. Cool. Wirf den Ninja auf ein Dach im Marktbereich. Okay. Das krieg ich hin. Biung. Und er fällt runter. Ah ja, klar. Ob der vielleicht irgendwann das selber auch nochmal kann? Wird mich ja interessieren. Ah ja, ich kann das Buch öffnen und mir Fotos ansehen? Ah ja, okay. Buch des Ninjas. Da ist jetzt ein Foto drin. Das soll ich mir angucken. Okay. Ah, cool. Was für ein Trottel. Er kann's halt einfach nicht. Oh. Aber er hat eine Freundin. Wie süß. Die anscheinend voll der richtige Ninja ist. Oh. Epic Schwertkampf. Battle. Oh nein. Wurde seine Freundin etwa entführt? Jetzt muss er ein richtiger Ninja werden, damit er sie retten kann. Oha. Ich glaube, das soll mir das sagen. Ihr Name ist Kira und ich vermisse sie sehr. Ich muss sie finden. Alles klar. Ja, dann lerne erstmal ein paar richtige Tricks. Ne? So, einsammeln. Okay. Ups. Ja. Bleib erstmal stehen, Kollege. Der Ninja muss den Weg des Ninjas folgen, um seine Freundin Kira zu finden. Dafür muss er trainieren. Ja, das ist klar. So. Hol dir einen Reißsack. Hol dir einen alten Reißsack aus dem Ninja-Kit. Achtung. Der Ninja wird anfangs sehr tollpatschig sein. Okay. So. Alter Reißsack. Hier. Ah, nehmen wir halt den hier. Für 140 Acken? Ja, okay. Muss ich ja machen, ne? Hochheben und halten. Okay. So. Bam. Wo ist der Reißsack? Hier. So. Okay. So, jetzt. Go. Hopp. Yeah. Los, come on. Tret ihn. Soll es ihn richtig treten. Mach. Go. Go. Und. Yes. In your face. Bam. Go. Go. Yay. Yay. Ja, los. Hopp hier. Tritt zu. Oder. Schlag zu. Punch. Punch. Punch him in the face. Los. Das ist dein fieser Gegner. Go. Gib ihm. Gib ihm hart. Uh. Uh. Das war voll der Ninja Move. Boom. Ah. Und hier. Money, money, money. Sehr gut. Cool. Ninja Move freigeschaltet. Dun, 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 dun. Cool. Leichter Stoß. Ja, noch nicht so unglaublich cool, aber schon mal cooler als cool. Äh, gar nichts. Auf jeden Fall. So. Okay. Reißsack reparieren. Ja, high five, Digga. Wir reparieren den jetzt hier nochmal schnell. So, gratis. Alles klar. Ja, ich würde sagen, Leute, das war es jetzt erstmal für heute. Denn, ich glaube, unser Ninja, der ist auch ein bisschen fertig. Weil, der hat jetzt so viel trainiert, der muss jetzt mal ein bisschen Pause machen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Wenn euch das Spiel gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Sagt euren Freunden, sie sollen mir auch Daumen geben. Und abonniert kostenlos meinen Kanal. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und könnt weiterverfolgen, wie, ja, wie der kleine, trottelige Ninja sich hier so durch seine Ninja-Karriere beißt. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ganz klare Sache. Bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.